Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Willkommen! Diese Woche bei Aldi Süd. Attraktive Rabatte und unschlagbare Angebote warten auf Sie. Vom 26. bis 31. August haben wir in verschiedenen Kategorien starke Preisnachlässe. Egal, ob Sie nach Lebensmitteln, Haushaltswaren oder Elektronik suchen. Bei uns finden Sie alles, was Sie brauchen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um hochwertige Produkte zu günstigen Preisen zu sichern und machen Sie Ihren Einkauf bei Aldi Süd noch lohnenswerter. Diese Woche bietet Aldi Süd unglaubliche Rabatte auf ausgewählte Produkte zu festen Preisen von nur 1 oder 2 Euro. Nutzen Sie die Chance, hochwertige Artikel zu unschlagbaren Preisen zu erwerben. Ob Snacks, Getränke oder Haushaltswaren, bei uns finden Sie tolle Angebote, die Ihr Budget schonen. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. In dieser Woche stehen bei Aldi Süd Bio Produkte im Mittelpunkt. Entdecken Sie unsere breite Auswahl an Bio-Artikeln, die jetzt zu besonders günstigen Preisen erhältlich sind. Ob Bio-Snacks, Milchprodukte oder frische Bio-Gemüse, bei uns finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt. Mit unseren Bio-Angeboten können Sie nicht nur gesund einkaufen, sondern auch dabei sparen. Greifen Sie zu und genießen Sie die Qualität und den Geschmack unserer Bio-Produkte. Liebe Zuschauer, mit unserer Hingabe und Freude am Erstellungsprozess arbeiten wir daran, Ihnen die besten Videos zu bieten. Es gibt viele Möglichkeiten, unseren Kanal zu unterstützen und jede Unterstützung von Ihnen ist für uns sehr wichtig. Abonnieren Sie, um sofort über neue Videos informiert zu werden. Helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie unsere Videos teilen. Außerdem können Sie uns direkt mit dem Super-Danke-Button unterstützen. Jede Unterstützung ermöglicht es uns, unseren Kanal weiterzuentwickeln und qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Diese Woche bietet Aldi Süd eine Vielzahl an wöchentlichen Rabatten, die Sie nicht verpassen sollten. Unter den Angeboten finden Sie erlesene Snacks, Fleischprodukte und erfrischende Getränke zu reduzierten Preisen. Lassen Sie sich von den besonderen Angeboten in den verschiedenen Kategorien überraschen und profitieren Sie von den exklusiven Rabatten. Aldi Süd sorgt dafür, dass Sie diese Woche bei jedem Einkauf sparen und dabei qualitativ hochwertige Produkte erhalten. Aldi Süd startet die große Rabattwoche. Mehr als 1000 Produkte sind jetzt zu unglaublichen Preisen erhältlich. Ob Lebensmittel, Haushaltsartikel oder Elektronik. Bei uns finden Sie alles, was Sie brauchen, zu stark reduzierten Preisen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihren Einkaufswagen zu füllen und dabei kräftig zu sparen. Die große Rabattwoche bei Aldi Süd macht Ihren Einkauf diese Woche besonders lohnenswert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Einkaufserlebnis bei Aldi Süd endet nicht im Laden. In unserem Online-Shop geht es weiter. Entdecken Sie exklusive Angebote, die nur online verfügbar sind. Und genießen Sie die Bequemlichkeit des Einkaufens von zu Hause aus. Ob Elektronik, Haushaltswaren oder Mode, unser Online-Shop bietet Ihnen eine breite Palette an Produkten zu reduzierten Preisen. Schauen Sie vorbei und sichern Sie sich die besten Angebote. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ab dem 30. August erwarten Sie bei Aldi Süd tolle Wochenendangebote, die Ihren Einkauf noch günstiger machen. Entdecken Sie eine Vielzahl von Produkten, die zu stark reduzierten Preisen erhältlich sind. Besonders interessant sind die großen Packungen, die jetzt zu unschlagbaren Preisen angeboten werden. Machen Sie das Beste aus Ihrem Wochenendeinkauf und sparen Sie bei den zahlreichen Angeboten in den verschiedenen Kategorien. Aldi Süd sorgt dafür, dass Sie mit einem vollen Einkaufswagen und einem Lächeln nach Hause gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend eure Meinung und eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung.